hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu grounded ich stehe jetzt wieder in der nähe von dem picknick tisch natürlich hier an meiner kleinen base so ich bin jetzt hier alleine hergelaufen ja man sieht's ne und ich würde jetzt ganz gerne natürlich diesen schlüssel holen wollen jetzt weiß ich nicht laufe ich denn jetzt richtig na ja so ein bisschen da lang okay das wasser könnte ich gebrauchen wartet mal super so jetzt habe ich mich einmal wieder mehr gedreht jetzt habe ich ja bony alles klar ich weiß du bist du der boss aber von dir will ich doch gar nichts mein kleiner freund noch nicht ich muss ja noch fünf davon töten laut quest aber ich will jetzt erstmal diesen schlüssel haben und dieser burger chip 49 heißt auf deutsch geschmackvoller aufgang ich hoffe dass es dieser picknick tisch chip ist wenn nicht habe ich damit den punkte verkackt ja weil ich ja dann dafür keine punkte bekomme so ich erinnere mich wartet mal jetzt muss ich mal ganz kurz meinen meinen ganz tollen neuen deutsch mal ausrüsten so ich hoffe es klappt damit jetzt auch weil sonst habe ich echt die arschkarte weil dann tauchen bin ich ja nun auch nicht hier die beste oh es geht leute ja mann nehmt ihr diesen schlüssel ist hier sonst noch irgendwas nein so schnell wieder raus ich habe ihn was minu taurius taurus was ich habe jetzt nicht aufgepasst kann man das irgendwo er sehen was ich da eingesammelt habe aufgaben irgendein minu taurus schlüssel oder sowas habe ich jetzt ach hier minu taurus labyrinth schlüssel dieser winzige brot verkrustete schlüssel ist oft in minu tauren und miromadonen actionfiguren setzt enthalten ach so okay zusammen mit der truhe die eröffnet okay so dann lass uns mal ganz schnell denn zum wo kommst du denn her wenn ich das jetzt wüsste so dann lass uns mal ganz schnell zum picknick tisch hoch wo ist denn jetzt die die schaufel ach da ist sie doch da ist sie doch bombi ist hier in der nähe alter schwele lass mich in ruhe waaau scheiße jetzt habe ich mich verletzt das war nicht so gut das war gar nicht gut ich sollte vielleicht mal speichern ich sollte vielleicht wirklich mal speichern ich habe irgendwie respekt vor den bienen ich weiß nicht warum ach so ich muss ja gar nicht so weit nach oben ich steppe ach das sind nägel ja ich dachte das wären wieder knöpfe keine ahnung ich weiß auch nicht warum ich so darauf komme aber ich brauche ausdauer ich darf nicht so viel rennen nein ist da eine seilrutsche da drüben da so ein ankerpunkt oha gut aber ich kriege hier vielleicht wieder was zu trinken auch schön hier ist noch wieder ein bisschen saft sehr sehr schön lecker lecker ein paar ameisen das sind aber so viele ne gib mir mal den bocken das sind drei ich weiß nicht ob ich die schaffe komm schon ich habe keine ausdauer ah okay nur mal eins aua ich habe doch den barbara drinnen mensch warum stelle ich mich so bescheuert an au oh ey ehrlich keine ausdauer aber ich habe ein paar brocken ja du kriegst auch noch einen auf die auf die drei auf die zwölf ne willst du nicht aua mach doch nicht so auch dies betäubt komm noch einmal ah meine güte also ausdauer ist wirklich nicht gegeben hier ne für mich achso ich sollte wieder speichern immer bei jedem fortschritt sollte ich speichern aber ich habe sechs brocken das ist doch schon mal gut also wenn die abweite ameisen schon so schwer sind ne dann möchte ich jetzt nicht wissen wie die krieger ameisen drauf sind das ist glaube ich eine ganz üble Nummer so Nagel jetzt muss ich auf die Bücher ne da ist der wunderschöne Bleistift so rennt man jetzt nicht so viel Fannylein dann einmal hier rauf und dann muss ich in diese Burg rein so viel weiß ich noch die brocken nehme ich mir ein andermal mit euch lasse ich jetzt aber in Ruhe euch lasse ich in Ruhe so ich will einmal hier rein jetzt weiß ich gar nicht wo ich lang muss ach scheiße hört doch auf ey hier ist ne Feder die schläft auf ne Feder da ist er da ist er da ist die Truhe ja geben wir was ist das hier böse oh hier ist doch ein Milchmolar wartet mal ich muss tatsächlich ein Screenshot machen so weil ne sowas hat man hier nicht alle Tage so wollen wir die Biene noch mit drauf machen wartet mal ein bisschen höher vielleicht ich glaube so ist gut so ist eigentlich ganz gut wunderbar achso Escape geht ja nicht okay so schnappst du dir mal wow ich habe doch gar nichts gemacht oh ich glaube die fühlen sich hier leicht belästigt aber ich habe doch gar nichts gemacht was habe ich entdeckt okay ich will doch von euch gar nichts oh ne hier sind mir zu viele Bienen Leute ganz ehrlich war hier nicht irgendwo warte oh oh Gott ich hätte gern die Feder aber ich traue mich die jetzt auch nicht zu nehmen ich bin nicht größenwahnsinnig ähm war hier nicht noch irgendwo ein Kaugummi ich wollte mal gucken ob man den ab gekauter Kaugummi aha okay aber ich kann dazu jetzt nicht die Schippe nehmen ne das ist ja na super alles klar dann weiß ich ja Bescheid wo muss ich denn jetzt nochmal raus hier ne so dann gehe ich nochmal auf den Teller ähm den Hammer brauche ich ich nehme mal alles mit was ich kriegen kann hier an Süßigkeiten und es war offensichtlich jetzt auch der richtige Schipp bin ich richtig richtig begeistert so da war auch glaube ich noch irgendwas zum Einsammeln auf dem Teller den nehme ich das nehme ich mir jetzt auch noch mit ne ich habe ja noch ein bisschen ähm Ressourcen und vielleicht habe ich ja da drin auch ein bisschen Trinken aber das mit den Bienen das ist echt heftig ja na ihr ihr kleinen Süßen ich will nichts von euch meine Lieben eigentlich nicht ja guck mal ich kriege hier sogar noch Trinken und ein bisschen Billy Hawk aber kein neues das ist nur das alte so dann gehe ich nochmal Richtung ähm Analysestation ob ich hier was analyse ne kann ich nicht okay aber guck mal was ich gerade gesehen habe ich brauche zwölf dafür dann komme ich in den Sandkasten krass okay dann habe ich es ja doch richtig gesehen also zwölf muss ich mir merken zwölf muss ich mir mitnehmen dann komme ich auf den Sandkasten wie geil das nehme ich mir auch mit Apfelbrocken wieso den habe ich doch schon ähm in meiner Truhe zu Hause das verstehe ich jetzt nicht ich meine die sind ja niedlich ne aber irgendwie glaube ich sind die hier nicht äh freundlich gesonnen kommt man hier irgendwie wartet mal ich speichere mal bevor ich sterbe komme ich da jetzt irgendwie rauf nein nein ich Idiot okay ähm ich lade ja es tut mir leid wartet ihr ich probiere es nochmal oh mein Gott ich will da unbedingt mal rauf mal gucken ob ich das hinkriege wenn ich schon hier bin aha oh Leute 500.000 wie komme ich jetzt hier wieder runter lass mich in Ruhe ich tue euch doch nichts aua ich tue euch doch nichts oh Nektar lecko mio ich tue euch doch nichts Nektar der ist richtig ergiebig ne das der war doch richtig cool oh den sammle ich mir noch weiter ein ich glaube der macht richtig satt und alles stimmt in Staffel 3 habe ich den noch gar nicht entdeckt sozusagen wow und gleich zu viel nehme ich mir alles mit so und jetzt möchte ich einfach nur noch den Burgership abgeben weil ich bin gespannt was ich jetzt dafür bekomme freigeschaltet natürlich hm laufe ich hier jetzt richtig und gut oder na wohl eher nicht ne einmal bücken genau so und jetzt renne was das Volk hält it's not good Wolfspinne ist wach uuuh alter Schwede ich will einfach nur noch den Burgership abgeben ja genau schnell weg hier das Bombi viel viel Platz habe ich noch ja ich habe noch oh nein das sind ja mehrere Bombis äh ich bin noch nicht größenwahnsinnig jetzt ach wobei ey ich könnte das schon gebrauchen ne nein ich ich liefere jetzt den Burgership ab nein 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 so läuft das nicht sonst komme ich ja hier zu gar nichts denn ich möchte ganz gerne mit euch das jetzt erfahren was ich da bekomme das liegt mir sehr am Herzen und dann ist auch die Folge schon wieder vorbei ne meine Güte schwimm mal ein bisschen schneller dahin Fanny ich habe keine Ausdauer ah ist das bitter hier unter mir ja sind die Ruderwanzen die hört man sogar bis sonst wohin wie cool oder ein bisschen schwimmen ist gut für die Gelenke sollte man öfters machen so es wird auch schon wieder dunkel ne meine Güte echt da verbringt man den ganzen Tag am 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 Picknick Tisch eigentlich und man hat nicht wirklich was erreicht und dann ist es schon wieder dunkel ist unglaublich oh was wackelt denn da ah Marienkäfer alles klar du darfst wackeln kleiner Marienkäfer hier ist nochmal Läusehonigtau ähm oh den hast du mir jetzt weggegessen aber ist nicht schlimm du darfst die Säcke lasse ich jetzt auch in Ruhe die kleinen Säcke so hoppala so da sind die Pilze das heißt Burgle Eingang ist gleich hier oh ich bin so gespannt ich bin so gespannt ja Burgle ich hab was für dich warte nur ab nochmal ganz kurz gucken ob ich was zum analysieren habe aber ich glaube eher nicht nein was ist denn da schon fast kaputt ach so mein Bevel ist gleich abgelaufen ach du meine Güte schade hallo Burgle ja finde ich auch ich hab ein Schiff für dich so hab's ich hab's ich hab's sehr schön du hast Burgles Tauschland erweitert ja mal gucken mal sehen was ich neu bekommen habe also das kennen wir das kennen wir Kochbuch Eiche kennen wir das kennen wir das kennen wir Augenklappverbesserung kennen wir auch Faserverbandseffizienz kennen wir auch Flaschenverbesserung kennen wir auch Trinitelung kenne ich Kochbuch Teich kenne ich Fresskomp Rezeptdienste kenne ich auch Flipflossen kannte ich auch schon Hecke auch Heißsporn oh ich hab schon wieder 4265 sehr schön Milchmolaren hier diesen Scanner Salzziger Batzen eine geschmolzene Ansammlung von Salzstücken geformt wie ein Ziegelstein perfekt um Ausrüstung mit besonnenen Einschaffen zu versehen gut das ist jetzt das Salz aber wo kriege ich das jetzt her mit den mit den ähm mit den ähm ja sag schon wie heißt denn das mit den Quarzitbatzen wisst ihr was ich meine ah verdammt salziger Batzen also ich sollte auf jeden Fall dieses Milchmolarendings ne dann werde ich noch mal ein paar Questen machen auf jeden Fall achso apropos Questen ich gebe mir mal noch eine DE was nein den lehne ich jetzt erst mal ab den lehne ich jetzt erst mal ab weil ich hab jetzt keine Ahnung welcher das ist ähm ähm und dann hole ich mir halt morgen ein paar neue ja ich brauche jetzt Questen wo ich ein bisschen ähm rohe Wissenschaft für kriege auf die schnelle Art und Weise haha denn ich muss auch noch infizite Rüsselkäfer auch noch ähm erledigen wird auch kein Spaß denn dazu muss ich ja wieder in diese verseuchte Gegend aber wir werden jetzt erst mal hier schlafen und ja gute Frage ne ach ja und dann die eine Quest noch holen gehen dann das machen wir dann in der nächsten Folge und dann geht es los mal ein paar Questen wieder zu erledigen nicht wahr so kann ich jetzt noch oh ja ich kann noch Gott sei Dank hat noch funktioniert so komm das kannst du jetzt mal hier lassen das ist Nektar das ist auch Nektar okay ähm gut dann geh mal schlafen wunderbar so dann nimmst du mal hier deinen Rüssel Dingsbums sehr lecker sehr lecker so jetzt wollte ich mal gucken was macht denn jetzt das Snack da Snack trinkbar okay das gibt mir natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit wunderbar essen bin ich jetzt voll gut dann würde ich mal sagen treffen wir uns dann zu Hause bei mir und dann werde ich mal gucken dass wir dann noch mal ähm ein paar Infizite Rüsselkäfer töten können und den ein oder anderen Bombardierkäfer ne ich krieg das schon irgendwie hin ach so ne wartet ich geh noch mal schnell Burger Chip äh Burger Chip sei schon äh ne Burger Quest noch holen genau das hätte ich schon wieder fast vergessen nein Wolfspinne oder geh mal nach Hause Penn naja ein paar töten müsste ich ja noch ne aber es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwann mal eine Quest wo es heißt äh töte so und so viele ähm Wollspinnen vielleicht sollte ich mal ein bisschen auf die warten denn ich hab ja mein ähm Spinnpfanddeutscher jetzt dann wäre das ja kein Problem so gib mir mal noch eine Quest Burger aber bitte jetzt kein Chip oder so nein ah entschuldigt war falsch Kundschafter Rechenstein anhöhe 100 okay Rechenstein war das nicht dort wo auch das Gebiet ist wo der Farbeimer und so ist das war doch die Rechenstein anhöhe oder ja gut dann sollte ich wahrscheinlich diese infizierten Rüsselkäfer und Rechenstein anhöhe zusammen machen das ist dann glaube ich ein Abwasch bei Gasmaske brauche ich dann so oder so ja denke ich mal ne na du na super dass ich getroffen habe ey sag mal jetzt oh man wenn die so sterben ne das klingt so so traurig aber ich brauche euch ich muss Essen machen wenn ich dann zu Hause angekommen bin so das nehme ich mir jetzt das ist nämlich ein bisschen Flüssigkeit sehr gut gut meine Lieben aber wir treffen uns dann wie gesagt bei mir zu Hause ich werde dann noch ähm ein bisschen ich denke mal noch ein bisschen Ökopower machen oder sowas und dann gehen wir nochmal in das verseuchte Gebiet ne für diesen infizierten Rüsselkäfer und eventuell diese Markierung da abzuschließen ja und dann schauen wir mal weiter vielen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bye